Zwei Sekunden, ich brauche euch nicht lange. Ganz kurz, alle reinkommen. Lasst uns alle kurz den Moment genießen. 2000 zu, geht hoch. Alle rein, alle rein. Ich bin so, ich freue mich so sehr. Schaffen wir 3000 Zuschauer? Fuck ja! Fuck yes! Okay Leute, ich wollte nur sagen, wir haben 59, das heißt, fuckt up, kommt jetzt auf die Sekunde raus. In einer Minute, streamt den Song. YouTube-Videos jetzt online, alle in die Premiere. 3.300 Zuschauer, ich will euch alle in der Premiere sehen. Es geht jetzt los und was ich noch sagen wollte, schickt mir Screenshots, wie ihr den Song hört. Vielleicht habt ihr eine höhere Chance, eine Playstation zu gewinnen. Ich habe hier noch ein paar da rumliegen, deshalb... Also, ihr wisst es, jetzt nur für euch, hier 3.500 Zuschauer, schickt mir Screenshots, feiert einfach fuckt up. Macht alles, nehmt auseinander. Ich schwöre, ich habe in dem Song, ich habe mein Leben verloren. Ich habe meine Historie da reingesteckt. Nehmt auseinander. Ciao, lasst einen Kommentar da, ich brauche euer Feedback. Ich küsse euer Herz. Mare November, 3.000 Zuschauer, alle rein da.